Herzlich willkommen zurück hier bei Marks & Brothers. Momentan passiert wirklich Unglaubliches an den Märkten und auch von den Notenbanken. Die Reaktion der Notenbanken ist viel stärker, als sie es zu Anfangszeiten der Weltfinanzkrise 2007-2008 war. Und das wollen wir uns jetzt hier nochmal gemeinsam ansehen. Die Notenbanken haben ja vor allem das Ziel, die Inflation in einem gewissen Rahmen zu halten. Also in Europa zum Beispiel unter, aber nah bei zwei Prozent. Aber daneben haben die Notenbanken natürlich noch andere wichtige Ziele in den USA. Eben nochmal mehr diesen Wirtschafts- und Arbeitsmarktaspekt. In USA und in Europa allerdings vor allem den Aspekt, die Kreditmärkte am Laufen zu halten. Leider wird es ja oft auch falsch verstanden, auch insbesondere von Donald Trump, dass er meint, die Notenbank soll die Aktienmärkte halten, aber nein, es geht um die Kreditmärkte. Nur, wenn wir uns die Inflation ansieht, sehen, Inflation is always and everywhere a monetary phenomenon. Also, natürlich kann Inflation durch die Arbeit der Notenbank beeinflusst werden. Es ist ein monetäres Phänomen, aber die Notenbank stellt letztendlich nur die Geldbasis bereit und hat hier natürlich einiges jetzt in den letzten Tagen verlautbaren lassen. Die EZB zum Beispiel verlängert die eigene Bilanz durch Anleihekäufe. 120 Milliarden im Monat sollen jetzt hier neu in den Markt reinkommen und die Gesamtbilanz der EZB liegt bei circa 5 Billionen Euro momentan. Wenn wir uns dann aber ansehen, okay, wie hat sich die Balanzsumme der EZB über die letzten Jahre entwickelt? Klar, die ist sehr, sehr stark angestiegen, vielleicht etwas zu spät hat die EZB damit angefangen, aber wir sehen einen sehr starken Anstieg in den letzten Jahren und trotzdem noch eine relativ niedrige, zumindest publizierte Inflation, wie die wahre Inflation ist. Wenn man zum Beispiel mehr die Wohnung hier einbringt, dann kann es natürlich sein, dass die Inflation ansonsten etwas höher ist. Trotzdem, die EZB stellt nur die Geldbasis dar, sie kann nur die eigene Bilanz erhöhen, aber letztendlich, die Geldschöpfung hängt aber letztendlich vor allem von den Geschäftsbanken ab, mit denen die EZB zusammenarbeitet. Und hier sehen wir, wie die Kreditvergabe sich in den letzten Jahren entwickelt hatte. Vor der Krise 2006-2007 ist die Kreditvergabe sehr stark mit 7, 8, 9 Prozent annualisiert gestiegen, dann extrem gefallen bis etwa auf den Nullpunkt während der Finanzkrise. Hier muss man sagen, das ist die Gesamtkreditvergabe. Und danach steigt sie langsam wieder an, aber auf einem deutlich niedrigeren Niveau, etwa um die 4 Prozent Anstieg pro Jahr. Was ich aber jetzt hier auch nochmal, kann man sehen, dass insbesondere an Privathaushalte in vielen Ländern es durchaus ein negatives Wachstum der Kreditvergabe gab, natürlich auch durch die sehr vielen ausfallenden Kredite in Spanien, Italien und Griechenland. Aber auch dort mittlerweile, im Jahre 2018, 2019 zumindest, ein relativ hohes Wachstum. Die Banken hatten auch deutlich höheres Eigenkapital aufbauen können, aber wie Markus Krall auch schon gezeigt hat, vor allem dadurch, dass es weniger Ausfälle gab und die Rückstellungen dafür aufgelöst wurden. Aber plötzlich frieren im Zuge der Coronavirus-Krise nun die Kreditmärkte ein. Das sehen wir hier als sehr gutes Beispiel von einem ETF, der in High-Yield-Anleihen investiert. Und wir sehen hier einen absoluten Spike nach unten. Also praktisch dieser ETF verliert extrem an Wert in kurzer Zeit und High-Yield-Bonds sind natürlich eine praktisch Fieberkurve der Märkte, was Krisen angeht. Wir sehen hier auch zum Beispiel auch die Lufthansa-Anleihe, die relativ konstant war und plötzlich komplett durch den Boden gehauen ist, auf 90 Prozent runtergefallen ist. Und die Lufthansa ist natürlich eine der am besten kapitalisierten Fluglinien. Vielen anderen geht es noch schlechter. Die Banken wegen ihren Value-at-Risk-Modellen müssen viel mehr Eigenkapital vorhalten, müssen verschiedene Bereiche, praktisch Positionen auflösen. Auch das gibt nochmal Druck auf die verschiedenen Märkte. Und sie können nicht mehr so gut als Market Maker auftreten, weil auch da bräuchten sie mehr Liquidität und vor allem mehr Eigenkapital. Durch dieses Fehlen von Market Makern kommt es auch dazu, dass die verschiedenen Märkte nun sehr eng werden und die Spreads sich deutlich ausweiten in den verschiedenen Märkten. Und sich ausweitende Spreads und einfrierende Kreditmärkte sind ein Krisenanzeichen. Und hier hat die Notenbank nicht lange gefackelt und ist eingestiegen und hat etwas getan. Die Presse kritisiert die EZB, vergebliches Hoffen auf die EZB hier von Börse hier bei ARD. Fakt ist, solange es von der fundamentalen Seite keine belastbaren positiven Nachrichten gibt, sinkende Neuinfektionen in Europa, Impfstoff oder Medikament gefunden, steht jede Kurserholung unter starkem Vorbehalt. Ja, würde ich auch so sehen. Hinzu kommt als zusätzliche Belastung für die Aktienmärkte in der Eurozone. Ihnen steht eine Notenbank zur Seite, die den Ernst der Lage offensichtlich noch nicht ganz begriffen hat. Während die FED den Märkten 1,5 Billionen Dollar Liquidität zur Verwirkung stellt, mag sich Madame Lagarde noch nicht einmal zu einer mickrig kleinen Zinssenkung aufraffen. Das ist in der größten Finanzkrise seit der Lehman-Pleite 2008 sicherlich das falsche Signal und trägt nicht zur Beruhigung der Märkte bei. Ja, ich sehe es ein bisschen anders. Einerseits hat die EZB eben nicht das Mandat, hier die Aktienmärkte zu stützen, sondern sie müssen insbesondere auch das Bankensystem und die Kreditmärkte und Anleihemärkte, Fixinkam-Märkte schützen. Und das tut sie, genauso wie das die FED tut. Und auch diese FED-Aktionen wurden ja erstmal an den Aktienmärkten nicht so positiv aufgenommen. Noch ein Punkt zur Kredit, zu den Zinsen. Eine Zinssenkung wäre meiner Meinung nach jetzt schon bei praktisch Null- und Negativzinsen nicht sehr sinnvoll. Aber natürlich, manche Firmen könnten sich noch etwas günstiger refinanzieren. Was aber wirklich ist, die EZB hat praktisch schon eine massive verdeckte Zinssenkung durchgeführt. Nämlich durch ihren TLTRO-3-Bereich oder Fonds, durch den die EZB letztendlich den Banken längerfristiges Geld leiht und sie bezahlt sogar Zinsen an die Banken bis zu 0,75%. Die Banken refinanzieren damit einen Teil des Kreditportfolios und können so mehr negative Zinsen auch an die Sparer weitergeben, weil die Banken brauchen jetzt eben nicht mehr Privatpersonen, die hier noch sparen. Und die Banken werden somit, man kann es fast sagen, zu einer Art Gelddruckmaschine, denn sie bekommen Geld geliehen und dafür noch Geld, sollten es aber, und da gibt es natürlich Richtlinien von der EZB, an die nicht-finanzwirtschaftliche Privatwirtschaft weiterleiten und auch Immobilienkredite zählen nicht unbedingt hier für solche Kredite in dieses TLTRO-3-Portfolio rein. Trotzdem versucht die EZB hier ganz klar, den Banken einen Hebel zur Verfügung zu stellen, damit diese wiederum die Endkunden, egal ob das jetzt KMUs sind oder auch Großfirmen oder auch Privathaushalte, hier weiterfinanzieren. Und am 17. März heute hat die EZB den Banken nochmal 109 Milliarden geliehen für negativ 0,5 Prozent für eine kurzfristige Refinanzierung, die dann im Sommer in das TLTRO-3-Programm übergehen soll. Und auch das Helikoptergeld hatte ich ja schon mal angesprochen. Ich glaube, es wird eher nicht von der EZB kommen, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen als konzertierte Aktion der europäischen Staaten oder der Staaten Europas, die den Euro haben. Und das Gleiche gilt für die USA. Hier gibt es Überlegungen zum Beispiel von Mitt Romney und sowohl von vielen Republikanern als auch von vielen Demokraten wird das Ganze unterstützt, um jetzt hier während der Corona-Krise 1.000 US-Dollar an jede Erwachsenen in den USA auszugeben, vielleicht 500 an jedes Kind. Es gibt hier auch unterschiedliche Größenordnungen, aber das sind die meist zitierten Größen und ich gehe davon aus, dass dies in den nächsten Wochen passieren wird, insbesondere gleichzeitig zu einem groß angelegten Shutdown der USA, wozu es unweigerlich in ein, zwei Wochen kommen wird. Wohin folgt das alles? Wohin führt das Ganze? Ich glaube, es führt natürlich in mehr Inflation. Wichtig aber zuerst mal, es führt dahin, dass die Deflation kurzfristig relativ stark eingegrenzt und gestoppt wird. Ich kann mir gut vorstellen, dass vom jetzigen Niveau die Aktienmärkte noch 10-15% fallen werden, aber ich glaube nicht mehr um 30%. Und ich glaube, dass diese Aktionen dabei helfen, auch wenn natürlich die Notenbank eben nicht die Aufgabe hat, hier die Aktienmärkte zu unterstützen. Der zweite Punkt ist, mittelfristig wird es eine Inflation geben, denn es wird einfach sehr viel Geld gedruckt und andererseits steigt das Angebot ja nicht, sondern das Angebot geht ja immer mehr zurück, weil viele Fabriken auch geschlossen sind. Also rechne ich hier mit höherer Inflation, zumindest mittelfristig auf Sicht von drei bis fünf Jahren. Was sind eure Meinungen dazu? Lasst es uns wissen in den Kommentaren. Vielen Dank für eure Unterstützung. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao!